so ich glaube nicht dass wir sofort zu denen gehen sollen diesmal die richtige reihenfolge also was hier mal den jahres sperrfeuer nehme ich mal wieder ich komme irgendwie nicht dazu hier mein präzisionsschlag einzusetzen möchte das ja meine adler sein sätze er ist nicht da bin ich wollte kommen ab meinen den jahres wird bringt ja ja weil ich so nach vorne schießt es dann das war jetzt die evakuierung zone wäre wir werden angegriffen wenn sich schon fabriken ja man hat meine art war abklingt zeit da hinten auf dem weg mal machen wir da mal einkommen machen ich glaube ich kann eine fabrik ist auch eine fabrik dann können wir proben einsam hinten nämlich an aber erst mal wecken dann sagen jetzt ja meine fresse das ist abgeprallt ja jetzt ist drin ja okay okay probier probergen probier probergen probergen da war so wird rettungskapsel ok bei mir sinkt irgendwie alles hier in dem boden in letzter zeit da noch geladen leute landung schäfer da hinten ich nehme an wir müssen hier bleiben werden das ding hoch erledigt müssen wir noch looten was da in der fabrik war gerade erlegt haben wir das hier so dass auch noch was genau da war jetzt die fabrik überlegt haben hier oben ja keine ahnung schüsse das war die granate ich kann mich manchmal nicht entscheiden ob ich die zurückwerfen soll er nicht ich sehe du hast wenig spritzen ja dann sagt doch was hier ich bin immer für ein paar spritzen zu haben hier war so viel gegen die letzte mission hatte ich auch irgendwie 20 oder 30 kann man reagiert mir steht da noch nein da hat wir schon treffen ja kann ich sein ich gehe schon mal richtung walker aber machen wir gegen den walker schon mal direkt hier ladebesprechung bevor wir dahin gehen adler reinwerfen orbital leser wird sein mit seinen laser bei nehmen ausprobieren ja ich weiß ja wie das funktioniert aber der wird den nicht in der lade der laser kann den nicht anschaffen und die 500 kilo bombe wahrscheinlich auch nicht der hätte ich ganz schön war aber ich sehe den glaube ich schon ist schon aber wenn wir beide auf dem werfen ja dann ist er auf jeden fall tot nun ist klar der ist schwer gepanzert ich glaube nicht dass er den mit seiner primärwaffe durchdurchschnitt kann so schwach stellen die nur mittlere panzerung aber ich glaube da hinten ist schon wieder in den himmel dahinten ich glaube ein besorger das ding ich wollte abgestattung nein so was hier ich will doch erstmal hier mit den jahres orbital feuer stoßen nach vorne noch nicht bei mir ob der dahinten hin da kommt direkt auf mich ich habe eine dreck die ist an den abgeprallen ist dann auf den gelandet meine bombe ich glaube der lebt noch außer der laser macht bei dem schaden ich habe noch eine bereit da dort warte warte okay ein adler habe ich noch kannst du denn ich bin ja relativ sicherheit gerade ja genau in die richtung ja kommt auf mich genau da habe ich mein ding passiert ja ja eigentlich habe ich mal was beigetragen bei diesen dingen mein kampf war relativ chillig irgendwie der hat mich zwar gesehen glaube ich nicht auf mich zu gerannt aber ich war die ganze tieren zu den felsen habe ich versteckt mein kampf war relativ schuldig naja jetzt kann man es wieder amüsieren wenn man das direkt hier in der nähe ich habe gerade kein adler ja echt jetzt ich habe keinen gab der ist weg so allein sehe ich eine menge fabriken ich glaube da wären adler richtig gut drin da unten geschützt sehe ich da ein bisschen nach rechts damit uns hat geschützt ja ja alles klar baut da recht sind auch welche also bei großen so mitten allein am besten zwischen den beiden fabriken ich komme mich um die gegner da ich komme mich um die gegner da wie soll ich war war dann geschützt noch ja das überlebt so was wir gewöhnen ja es zielt hat auf uns pass auf ich bin in damen felsen sie wird auf mich näher hat sie noch nicht dann gehe ich ein zwei geschützt da sind zwei geschützt da sind zwei geschützt was da 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 kommt noch nicht zu weg du da 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 ich habe geschützt mit einem granatwerfer ich muss ein paar mal damit aber drauf schießen immer so was mit dem panzer das weg der ist weg der ist weg da ist das neue fabrik oder das eine riesige fabrik ja mit vielen gegnern hier fangt hat ich weiß nicht ob ich die teilen treffe ich glaube ich soweit weg aber da habe ich mal das spiel noch viel mehr spaß mit so riesigen explosion okay okay das geschützt das müsste gleich kaputt du kannst es da jetzt angeheißen aus der richtung oh gott er hat jetzt gerade zum moment da unten ist ein panzer ich habe da noch mal so sagt war von der deckung nein ich wollte keine kanate werden naja ich bin doch mal geschützt zu erledigen ich kann jetzt gegen den ganzer gar nichts machen der schützt ist weg aber das genau bei mir gerade glaube ich ich glaube jetzt bei mir weg ich glaube jetzt bei dir ich glaube dass meiner der hat bei mir war ich kann meine allein jetzt noch ein halb der kommt auch mich hat getötet der explosion mein eine fabrik ich muss ja weg von dir ich muss von dir erledigt was war das irgendwo deckung man ich finde ich noch ein paar er ich muss das mal weg ich hasse das jetzt das ist doch gerade noch so wurde der weg aber ja ich bin ja direkt im wasser kann ich mich anzünden warte geht er mal weg geh weg alter leute ich habe keine ich brauche einen sniper zu machen ja ich verstecke mich ja gerade vor dem hrg der war direkt hinter mir also ich glaube ich hätte mir mal weg da am besten ja schon wieder neue neuen gegner eliminiert von unbekannt ich bin mir ziemlich sicher ich weiß was mich ehrlich ich weiß nicht ob ich den genau getroffen hat damit ich habe mich nicht ich krieg den so nicht nur mit dem adler auf den oder doch ich weiß nicht ob ich den genau ich habe die mehr auf so die masse da geworfen ich komme doch nicht klar wenn du zeit hast ja ich bin erst mal in der nähe rein ich war ziemlich von mir zwar schade um die proben aber mein gott selbst eine probe ich habe mich eingeladen dagegen proben von irgendjemanden planänderung wir verwiesen uns so erstmal ein bisschen weiter weg hier von den leuten alter habe ich noch gestreift ich war nicht getroffen habe ich habe ihn getroffen da machen wir ihn eben nicht platz und rauner pappen nach hause zu gehen da ist direkt schon wieder ein neues schiff cool nein danke naja das mal kommt den klima nicht da und kann man nichts machen da kommen wir da hinten sind auch gegner wie blöde viele leute Leute. Schönen Gruß von der Demokratie. Evakuierung verfügbar. Raduna! Nein. So. Na neben der Ause. Ja, das war wieder ein Reinfall. Leute, wie viele Gegner, wie viele Patrouillen, Gegner sind hier. Wie schmeckt euch die Leiter? Da ist noch ein Deik. Hey, Leute. Hey. Mit den Pflanzen sucht es dann. Na, doch jetzt ruhig mal Dings auf dem Werfen wollte. Bewegt er sich wieder. Okay, ich habe einen Halk hinter mir, also, ja. Hey, bitte Luft, das versteckt uns. Ein paar mehr so steckt. Ich bin egal, ob ich auch dabei draufgehe. Ob so, du gehst drauf. Ich weiß, ob ich den getroffen habe. Der lebt immer noch. Natürlich. Oder? Ne, der ist kaputt. Weiß ich, ob das der gleiche war, aber... Ne, der war schon wieder ein anderer. Okay. Hey, waschen? Vora reinfallen. Na ja, dem Sonnen ist erledigt. Ja... Dein ist eine Fabrik. Ja, mach es eben. Der sind mit Probe getroffen. Der sind wir, okay, entgegen, okay, dann geh du. Kommt auch, Gott, oh Gott. Hey, Kollege, wie geht's dir? Ja, Verstärkung, alles klar. hier glaube ich habe damit ja wie viele leute ja ich wollte nur eure fabrik kaputt machen wir so kann jetzt hier so auszurasten ja okay aber diese blöden ketten singen typen ich komme immer noch nicht mit den kleid ich habe mich selber da ist mein abgang da ist man ausgang aber wir haben es geschafft dann glaube ich keine einzige probe aber wir haben es geschafft ja ausgezeichnet ja ich glaube mein adler okay was mensch das am ende so gut mit dem mit dem walker die klappe da unten war die hölle los okay wir haben jetzt 20 über crates bekommen wann gibt es da nicht zehn haben wir irgendwann mal gefunden anscheinend so eine geostudie weit nehmen wir noch hier orbitals präzisionsschlag lineare orbitals spielfeuern denn das hat er das hat riesige das machen hat er nein das ist ja den jahren wieder da vorne prescht weiß ich ob der gut ist oder nicht wo kann doch meistens irgendwie nicht mit der hospital kann es ja irgendwie weiß nicht so einstellte irgendwie mehrere seiten abgeben kann es also ich hoffe das bringt eigentlich mal kicken geschützt so schon angeschlossen ich glaube ja ich höre die ganze nicht mal selbst in die luft man mitten auf der gebäude ein ja das ist weg die demokratie da war so ist er wesens was ich glaube unten versteckte sich in den felsen hätten ich habe da links läuft weiter nach rechts damit hier nicht sehen kann nicht die werden intelligenter so wir gehen dahin warum ist das nicht markiert ich habe 100 meter ok da ich kann er jeden einzelnen schuss nachladen ich kann mir nicht angewöhnen wie nicht wenn mein magazin nicht voll ist nachzuladen von da jetzt für mich ist das besser wenn man die dinge einzeln nachlädt jeder einzelne kugel so ich sehe ja eine menge fabriken überall in der nähe da so eine adler voll rein so mittendrin mitten ins gesicht d5 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 schild leute aber was hier entschuldigt mich leute ich gehe nur ja an dem ding noch schon fertig dann okay schild aber und ich bin ich weggeflogen da hat er mich in die pflanze reingeschossen ich brauche es nachschub nur eine spitze keine granaten ja aber ich bin da sehr spendabel damit ich sehe nichts wegen diesem nebel so was haben wir ja alles sagen geschützt irgendwo nähe ich gehe da rein mit nadel natürlich ja ich habe gesagt ja ich habe jeden getroffen haben warum nicht was aber so einen hellen bomben dinge ja ich habe zu sehen ich dachte müssen wir nicht das ding ja im satelliten war was schießt da hinten ich habe mich auf das geschützt gestellten von ausgeschossen ich glaube nicht naja dann zum nächsten dinge vielleicht keine freiheit aber machen wir da einfach nur der granate ok wenn man es da noch noch eine fabrik aber nicht mal da sind geschützt und so leute hinter geschützt zwar jetzt noch eine fabrik kalt machen granate rein nein danke ok leute wo sei der glauben ja war da sind ganz viel ich dachte wenn ich schütteln ja ich bin in teuren geschützten er macht er jetzt ok also recht ich wollte sagen der stadt durchstücken mein schild bringt nicht so gehen wir mal in die richtung ich muss den seien wir haben doch hier ist und wir haben unsere nachricht verbreitet das ist dafür ein zeichen nach der karte also ein weißes zeichen auf der karte bedeutet denkt mal wir sehen wird denkmal sehenswürdigkeiten hier direkt vor mir irgendwo ja mal zu öffnen ja da waren wir ja schon wir haben noch unsere eigene waffen was sind dieses klappergeräusch bin ich das soll man gerade ich kann ja mitten aus nichts allein den gegner aber gesehen und nicht ich wollte sagen dass es immer zwischen so felsen normalerweise ich potzei mal danach schuppen eigentlich so jetzt ist hier noch nicht seid ja wie sich auch keine gegner gar nichts vor dem sturm ich habe eine pflanze eingelaufen explodieren abbruch vor seite mein geschützt kommt hierhin würde ich alle treffen von der erhöhung da sei okay da war ein paar schild tulpen also tot wenn ich direkt beim abwurf immer erwischt sind wir eigentlich vollständig ich kann ich einfach mal ganz einfach einschließen und direkt schon wieder die hälfte erledigt die zwei granaten paketenwerfer hat er der hat genau da eingeschrieben wo ich hingelaufen wäre aber ich bin stehen geblieben deswegen hat er mich nicht getroffen da ganz hinten sind welche ich habe voll die perfekte position ausgesucht ok ich habe gesehen wie das schiff ja voll ins spiel reingespawnt ist genau da rein in den haufen so ist mein geschützt sein kommen wieder welche genau in die mengen immer da rein ausgezeichnet nein es ist weg wir sind fertig perfekt ist ja das ein schild typ so lange hier oben bin aber raketen raketen ich müsste ich haben den mit den raketen der ist tot und da ist noch einer ok ja leute da hinten schießt schon die ganze zeit eine auf mich zu von einer ganz weit hinten nachschub gemacht so alle sachen mal kurz nachladen bevor ich den einsammelform ausgezeichnet hier sind noch ein paar gegner so gehört gehen wir mal auf der blau ding das war gut der anfang jetzt mal gleich wieder schief was ist der haken aber schild er lassen vorsichtig war aber aber blöde pflanzen blöde natur kann man nicht in die quere weil ich von hinten kommen wir ein paar der lebt immer noch ich habe noch nicht zeit gehabt mich umzuschauen wo sei da alle leute leute das hat man geschützt ich weiß nicht wo das dahin schieft im momenten sind gegner anscheinend so was müssen wir machen also einfach hier bleiben oder was das hat ja 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 so sagt ja 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 es kommt mal alle da ich habe ich alle mir sehr nahe ich bin ein denn wohl aber meinst du ich dachte nicht dass ich darum weil ich sonst auch immer so unbesiegbar bin da habe ich auch gedacht dass ich zum ersten mal neben boden gesehen haben da drauf geschossen haben wir beide tun war das ein schild weg 1 meiz so einmal erledigt ja oh gott wie viele gegner die patrouillen sind jetzt irgendwie viel größer als vorher die mutierung ist terminal aber jetzt wieder sohn nur bleibt man da ich glaube du musst das ding da einmal naja ich glaube ich glaube ich muss nichts gemacht werden da reinkommen wir wir sind ferne von kugeln hat auf mich zukommt das ist noch ein schild typ wenn ich überhaupt nachgeladen er muss doch mal ausgerichtet werden ein stück sondern eben ein zeug legt hier unten da sind schon wieder boah leute viele sind hier frisst hat das ding ausrichten aber richtig ausgerichtet spontan irgendwo hingedreht noch richtig ja hier sind gerade ein paar gegner ich werde ganz beschossen also leute lasst mich doch mal hier lasst mich doch mal wo ich mich hindere ist immer eine riesige menge an gegnern leute so ist am terminal ich konnte die ganze zeit nicht drehen weil die ganze gegner ja da mein gott dann stehen immer noch welche leute bleibst du hier kollege kann man ja da hingehen schon bald kein alter hier glaube ich bereit ich habe vorräte irgendwo platziert ja du brauchst nix ok ok weiter geht's und da hat jemand verstärken rufen habe ich gesehen ja ich gucke die ganze zeit zu einhügel da sind irgendwie 20 gegner zum anderen da sind auch wieder 20 gegner nicht aufgehört ich will darüber dass die probe oder nicht ich hätte gerne ich hätte gerne kreuz wenn man gerne hatten wir stehen ja so look das haben wir nicht aber warte mal leute kommen alle ja was mit dir doch auch ich glaube dafür wird der seiner wachen ja sonst bist du auch immer so ich will meine art noch nicht verschwenden für das bisschen ja dann machen ja du sagst du willst nicht verschwenden für so eine fabrik und sagen wir jetzt kannst du die ganze zeit werfen ja du sagst du willst sie nicht für so kleinigkeiten in gänsefüßchen kleinigkeiten verschwenden meinetwegen hat sie die ganze zeit werfen ich halte ich mich davon habe ich ob so abschuldigung ich habe ich habe ein schock gewahr ausgerüstet und sagen wir kann sie wird um mich werfen für jede einzelne kleinigkeit gesagt sei mal so ich will nicht verschwenden was man nicht was du ja in verschwendung sie ist oder nicht aber okay so wenn man blau oder noch jetzt sind wir ja ein bisschen ja mit den schild typen haben übertreiben ich glaube jetzt mal zum aufspringen jetzt mal zum aufdrücken ich darf gegen den kommt mein raketengeschützt nicht an du bleib mal genau da stehen damit er ja wohl auch nicht sterben wer wenn nicht doppelte freiheit ich glaube er ist tot naja sieht ziemlich tot aus ich bin ein bisschen schrägert ich bin ein bisschen schrägert da sind die flammen werfen war und super mit allen aber ich habe gerade nachschub gespawende so lang zu einer mikrowelle zeichnen sie das wie so mikrowelle auf der karte so viel zeit schauen wir da noch ich mir noch zehn minuten ich will dadurch ich will nicht da rein da ist ein loch leute so ein lineares ding dahin laufen sechs gegner hagen sie eben wo ich gerade bin ja ja da war doch irgendwie ist ja nichts ist zum flugabwehr bringen aber natürlich sehr gut hier ich wüsste hier ja 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 das ist gar nicht bei mir am türen vor daneben ja wer von den pflanzen aufgehalten leute ich krieg diese typen von staunen ja ich bin am terminal äh 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 ich wünsche wir hatten die früher gefunden nach wo jetzt schon richtung evakuierung auf dem weg ist noch irgendwas aber nur eine kleine fabrik ist kommen ja nur ein adler da reinwerfen daher keine landungsschiffe ich darf mich da dann landungsschiffe kommen ich habe los hinter mir können aber gucken was da noch ist ok ich bin weiter am laufenden moment ist weiß ich hatte ja gleich so was gerade fast tot ok oder sind eine menge sachen hat und hat rote licht sowie einer von euch sieht mich ich habe gerade meine adlein hand so dass noch eine fabrik geschützt hat mich jetzt erst gesehen ich habe mich geheilt aber da hat er wieder außerhand genommen anscheinend viele von euch sind mir noch am umlauf nicht das eine mission war gar keine von ihnen dann andere müssen das sind nur welche von denen gibt es da nicht mal so 10 12 und 10 alter kann ich mitbekommen ja anscheinend so was hier ist jetzt schon wieder so eine schüssel waren wir nicht kommen vor mir ja das ding ja diese satelinen ja bei mir auch nicht ich habe sie gesehen vor mir da sind gegner ob der uns bei der evakuierung auf die nerven gehen werden schreitet ein in der nächsten spannenden vorher wo haben sie da ich habe nicht aber nicht gesehen hat oder gepostet haben waren sie hat davon für akira tor jama dahin gepackt naja sehr gut genau hier ein ofen egal wo das ist wird schon gut sein ich glaube ich glaube ich sollte nicht da meinen deinen verstärkungen packen also ich wollte meinen laser reiten nicht hier vorne aber nein ich wollte wieder jetzt wird es da ist das ganze zeug jetzt ich sehe nichts auf der karte ist so viel zeug ich bin schon die ganze zeit kurz bevor du wiederbelebt wo ist noch geworfen ich muss auch meine proben finden ich auch nicht das ist ja heute aus dem weg müssen ab nach hause ohne pause ab nach hause ohne pause er sollte ja der wird nicht von dem dinge erledigt ist klar noch kann ich nicht hinter mir gucken noch nicht ich glaube sind level 16 jetzt fast alles erledigt aber eine ganz große fabrik glaube ich aber jetzt haben wir drei sterne ist klar die blauen sachen priorität er ist gezeichnet wer sind die besten wer sind die besten wir haben beide die fingerpistolen gemacht es werden müssen merkwürdig gewesen wir machen die ganze nacht süßer als ein süßer